Hallo, mein Name ist Harald Schneider und bewirtschafte mit meiner Familie und mit meinen Mitarbeitern einen Milchspielbetrieb mit Biogas in der Eifel. Wie ihr seht, haben wir Zuwachs bekommen und das Kalb ist eben auf die Welt gekommen und heißt Emmer. Ich freue mich, für euch grünen Stroh produzieren zu dürfen. Wir haben 2003 über die Geschichte Biogas-Regenerative Energie nachgedacht und 2004 sind wir in die Planung gegangen und Ende 2004 haben wir angefangen, eine Biogas-Anlage zu bauen. Wir haben ja einen Milchspielbetrieb und wir wollten einfach den Betrieb ein bisschen breiter aufstellen, das heißt ein zweites Standbein schaffen. Ich bin nicht so abhängig auch von der Milchpreispolitik zu sein und es hat uns halt immer schon interessiert und ja, das war einfach die spannende Aufgabe, die wir uns gestellt haben, haben dann halt eine Biowas-Anlage gebaut, wo wir dann halt aus dem Mist der Kühe grünen Strom produzieren können. Biogas ist die einzige regenerative Energie, die speicherbar ist. Wenn viel Sonne scheint, wie jetzt, speichern wir das Gas und abends werden dann Motoren zugeschaltet und dann wird dann nachts wird der Strom dann von uns verbraucht, wenn andere regenerative Energie nicht funktionieren. Sei es, es scheint keine Sonne oder es weht kein Wind, dann fährt der Energieversorger bei uns die Anlage hoch mit dem gespeicherten Gas. Und tagsüber, wenn viel Sonne ist und viel Wind, fährt der Energieversorger unsere Anlage runter und dann speichern wir halt das Gas. Und das schädliche Methan, was ja sonst in die Umwelt geht, das können, das haben wir ja schon ausgeholt, in Form der Biowas-Anlage und das Methan tragt dann die Motoren an, was wir so eine Art Kreislaufwirtschaft halt machen. Wir haben das ja auch Photovoltaik, wir haben ja auch noch kleinen kW Photovoltaik, haben 60 kW Eigenstromanlage, wo auch der Strom für unseren landwirtschaftlichen Betrieb selber genutzt wird. Wir haben eine Rückgewinnung im Stall, das heißt, die Milchkühlung macht auch warmes Wasser. Wir hatten auch schon die schönste Kuh in Deutschland, die höchstleistende Kuh in Deutschland und vermag noch innerlich viele Tiere. Vorletzte Woche sind noch zwei nach England gegangen, trotz Brexit. Bei uns die Kühe, die haben es besser wie die Menschen, die auch selber entscheiden, wann sie melken gehen und die Kühe gehen dann drei bis viermal am Tag sich melken lassen, also die Kühe können bei uns frei entscheiden, alles was sie machen, fressen, saufen, lieben, Massage und melken, kann ja alles frei entscheiden, weil die Kühe hat frei im Stall. Ich sage immer, das ist wie die Männer, die gehen für ein Bier in die Kneipe, gehen für ein bisschen Getreidesprod in den Roboter. Die Kühe sind wie Menschen halt, jede Kuh ist anders. Dass man sowieso grünen Strom produziert und dass die Leute dann noch grünen Strom vom Direkt, also praktisch von dem Erzeuger, den sie dann vielleicht auch irgendwann mal kennenlernen oder sie jetzt über diese Plattform kennenlernen, dann sich aussuchen können. Ich kann jetzt von Harald Schneider Strom bekommen und ich finde die Idee einfach klasse. Wir haben mit sieben Biogas-Landwirten, haben wir Pilotprojekt gestartet, das ist einmalig in Deutschland, weil wenn die Biogasanlagen aus dem EEG auslaufen, das heißt 20 Jahre Laufzeit haben, müssen die Biogasanlagen ausmachen. Also es wird dann keine Biogasanlage mehr oder ganz wenig in Deutschland geben. Um das zu verhindern, haben wir uns frühzeitig Gedanken gemacht und haben dann eine Biogas-Pipeline aufgebaut, in einer Länge von 47 Kilometern. Da sind die sieben Biogasanlagen vernetzt. Das geht dann auch in eine große Zentraleinheit. Das ist schon eine Herausforderung gewesen, so etwas zu initiieren, weil sowas gibt es in Deutschland, in Europa gibt es sowas nicht. Da sind wir dabei. Aber ich glaube, der ländliche Raum bringt jetzt wieder neue Stellen. Die gesamte Landwirtschaft, ich meine, man sieht ja, die Leute prügeln sich wegen Klopapier. Was wäre denn, wenn mal drei Tage keine Nudeln und kein Brot da wäre und keine Milchprodukte wäre? Der Aldi hat keine Milch da stehen, wenn ich morgens nicht in den Stall gehe und melke die Milch. Bei jungen Leuten ist der Beruf Landwirtschaft schon im Kommen, vor allen Dingen bei Frauen. Händeringend gesucht, beim ersten Tag, am ersten Tag auf der Uni oder FH, da stehen schon Leute da, die die Nacht, wenn die fertig sind, schon eine Stellenangebote machen. Die eine ist ja neun, die andere 15, die interessieren sich dafür, die kennen auch schon Kälbchen und wir haben ja noch als Hobby ein paar Pferde, das machen die. Und mein Ältester ist jetzt am Traktorführer, scheinbar machen. Ich kann ja keinen swingen, ich mache da auch keinen Druck, das müssen die nachher einschreiben. Vielleicht gehen sie auch mal woanders hin und viele kommen dann wieder zurück. Ihr müsst mal vorbeikommen, dass es sich wie ein Bauernhof aussieht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017